Kennt ihr dieses Gefühl, dass ihr einkaufen geht und manchmal denkt, ich bekomme jetzt für das gleiche Geld viel, viel weniger? Ein herzliches Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Blockfeller. Hier bei uns erfahrt ihr alles rund um die Themen Blockchain, Kryptowährungen, Finanzen und Wirtschaft. Aufgrund der aktuellen Lage ein sehr brisantes Thema, das Wort Inflation. Wir möchten uns in diesem Video ein bisschen kritisch und genauer das Wort der Inflation anschauen. Was ist Inflation überhaupt? Wo kommt Inflation her? Wie kann man die Inflation beeinflussen? Und bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn dort erzählen wir euch, wie ihr der Inflation entgegenwirken könnt und welche Maßnahmen jeder Einzelne von euch treffen kann, um der Inflation zu entkommen. Doch schauen wir uns ganz einmal am Anfang an den Kreislauf des modernen Tauschens. Warum gibt es Geld? Geld ist nichts anderes als ein Zwischenspeicher. Früher hat man Waren und Dienstleistungen einfach getauscht, nur konnte man oft nicht Zug um Zug tauschen, das heißt ein Gut ums andere und deshalb hat sich das Geld in dem Bereich etabliert. Die Geldmenge sollte aufgrund dessen in Relation zu Produkten oder Dienstleistungen stehen, sprich in Relation in der Wirtschaft, wo sie verwendet wird. Wenn die Wirtschaftsleistung massiv ansteigt, wird üblicherweise auch mehr Geld benötigt und umgekehrt. Das bedeutet, dass Geld und Waren und Dienstleistungen aus unserer Wirtschaft befinden sich in einem Kreislauf. Kennt ihr dieses Gefühl, dass ihr einkaufen geht und manchmal denkt, ich bekomme jetzt für das gleiche Geld viel, viel weniger? Das kann zwei verschiedene Ursachen haben und dann noch Unterteilungen, die wir uns ein bisschen genauer anschauen werden, aber wir werden es auch kritisch hinterfragen. Zum einen auf der linken Seite sehen wir, warum braucht ihr hier und da mehr Geld für die gleichen Dinge? Weil das Geld einem gewissen Wertverlust unterliegt. Der andere Grund kann natürlich auch sein, dass Produkte teurer werden. Dies hat oft zu tun mit gewisser Knappheit im Bereich Rohstoff, aber Achtung in diesem Bereich, das kann auch von Unternehmen missbraucht werden. Sehr oft in der Geschichte ist es schon passiert, wenn wir eine gewisse Inflation hatten und Krise in der Welt war, so wie jetzt gerade im Ukraine-Bereich, dass große Unternehmen dies als Anlass genutzt haben, um einfach Rohstoffe von den Preisen her anzuziehen, Produkte und Dienstleistungen zu verteuern und das hat dann auch dazu geführt, dass die Inflation weiter angeheizt wurde. Das bedeutet, es ist nicht immer ein Selbstläufer im Bereich der Inflation. Sehr oft gibt es auch Unternehmen, die pro Profit maximiert arbeiten und sich ein Stück von ihrem Kuchen abschneiden möchten. Schauen wir uns nun an, welche Arten der Inflation es gibt. Wir können die Inflation in drei verschiedene Bereiche einteilen, um das für euch ein wenig greifbarer zu machen. Ganz rechts oben seht ihr die Nachfrageinflation. Die Nachfrageinflation entsteht einfach dadurch, dass Kunden, Konsumenten eine höhere Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen am Markt haben und die Unternehmen das im weiteren Schritt nicht mehr durch erhöhte Produktion decken können. Aufgrund dessen werden die Unternehmen früher oder später die Preise ihrer Produkte und Dienstleistungen erhöhen, was die Nachfrage unterm Strich wieder leicht dämpfen wird. Das bedeutet, da haben wir ein sogenanntes Gegenspiel von diesen zwei Positionen. Links unten sehen wir die Kosteninflation. Kosteninflation bedeutet in diesem Bereich, dass essentielle Rohstoffe knapper werden und dadurch Produktionskosten steigen. Wie vorher schon erwähnt, können wir hier bei essentiellen Rohstoffen zum Beispiel heute uns anschauen, Gas, Strom, Erdöl, was fast jedes Unternehmen in irgendeiner Form für Produktion oder Logistik braucht. Gerade der Treibstoff im Bereich der Logistik über die LKW-Transporte spielt hier eine wesentliche Rolle, weil diese Kosten natürlich eingepreist werden. Ganz, ganz wichtig ist hier auch zu erwähnen, dass es hier, wie vorher kurz erwähnt, gewisse Preistreiber geben kann, Unternehmen, die sich einfach in diesem Bereich bereichern. Ein Beispiel hier zum Beispiel gewähnt ist der Strompreis. Der Strompreis, wenn er aus Wasserkraft gewonnen wird, wie es zum Beispiel in Österreich in einem guten Ausmaß der Fall ist, diese Produktionskosten verdoppeln, verdreifachen oder vervierfachen sich nicht auf heute oder innerhalb eines Jahres, so wie es jetzt Anfang 2022 der Fall ist. Die Produktionskosten für Strom aus Wasserkraft können leicht steigen, werden sich aber nicht wesentlich verändern. Das bedeutet, dass Unternehmen, die solche Kosten an die Kunden weitergeben und sich marktseitig orientieren, nichts anderes machen, wie massiv ihre Profite mitzunehmen. Hier ist beispielsweise angemerkt, das Unternehmen Verbund aus Österreich, was zu einem sehr hohen Anteil Strom aus Wasserkraft produziert, den Strompreis selbstverständlich mit angehoben hat, mit allen anderen. Und das bedeutet, das Unternehmen hat für 2021 einen Gewinn von 600 Millionen Euro vermeldet und für 2022 eine Vorschau mit fast 3 Milliarden Euro. Das bedeutet, wir haben hier im Gewinnbereich fast eine Verfünffachung eines Unternehmens und das zeigt uns, dass die Produktionskosten bei weitem nicht in diesem Ausmaß gestiegen sind. Die dritte Art der Inflation kommt rein von der Geldmenge selbst und zwar ist es die Geldmengeninflation. Ganz lapidar kann man hier als Beispiel anführen, wenn Zentralbanken wie in Europa die EZB von heute auf morgen einfach die Notenpresse oder Geldpresse anwerfen und den Bestand an im Umlauf befindlichen Geld massiv erhöhen. Stellt euch das so vor, ihr wollt irgendein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen, zum Beispiel einen Apfel, wenn es gleich viele Äpfel am Markt gibt wie im Vorjahr, aber sich die Geldmenge verdoppelt hat, dann wird der Apfel wahrscheinlich, wenn er im Vorjahr einen Euro gekostet hat, als Beispiel heuer zwei Euro kosten. Warum? Ja, weil das Geld weitaus weniger wert ist, weil viel mehr davon im Umlauf ist. Doch wie misst man die Inflation nun? Die Inflation wird gemessen am sogenannten Warenkorb. Das bedeutet, der Warenkorb wird in drei Teile unterteilt, in tägliche Bedarfsgüter wie Lebensmittel, Energie, Wohnen, Drogerieartikel. Also alles, was man so im täglichen Bedarf in Österreich, Deutschland oder so braucht. Der zweite Bereich sind seltene Anschaffungen, wie zum Beispiel Kleidung, Auto, Elektronik. Das gibt der Mensch nicht jeden Tag aus, sondern rein nur, wenn er einen Bedarf dafür hat. Meistens, wenn die Produkte kaputt werden oder wenn er sich im Bereich der Kleidung einfach neue Sachen zulegen möchte. Der dritte Bereich sind alles im Bereich der Dienstleistungen, wie zum Beispiel Versicherungen, Essen gehen oder wenn man zum Friseur geht. Diese Bereiche werden zusammengerechnet und man schaut sich die preisliche Veränderung an. Beispielsweise hat man für diese Dinge in Summe voriges Jahr für so einen Warenkorb 100 Euro bezahlt und ein Jahr später bezahlt man dann 110 Euro dafür. Dann kann die Differenz dieser 10 Euro im Bereich der Inflation ausgedrückt werden, in dem Beispiel mit 10%. Inflationswerte mit um die 2% sind absolut in Ordnung und sind auch ganz normal im Bereich einer Wirtschaft. Warum? Das ist einfach auch eine Erhöhung der Geldmengen, aber auch die Wirtschaftsleistung steigt jedes Jahr um einen ähnlichen Betrag. Und aufgrund dessen, wir erinnern uns, ist das Gleichgewicht vom Zyklus, vom Geld, aber vor allem auch Produkte, Dienstleistung gegeben. Wenn wir eine Inflation von 5% oder mehr haben, dann sprechen wir von einer bedenklichen Situation. Es hat in der Vergangenheit schon Themen gegeben, wo zum Beispiel in Deutschland man mehrere Milliarden D-Mark bezahlen musste für einen Leib Rot. Doch was sind jetzt genau die Auswirkungen der Inflation? Ganz wichtig, man unterscheidet hier zwischen Schuldnern oder Sparern und Investoren. Schuldner sind gar nicht so sehr daran interessiert, dass die Inflation sehr tief ist. Warum? Die Inflation wird ja auch aus Realkaufkraftverlust bezeichnet und somit werden Schulden, wenn man eine hohe Inflation hat, immer wieder weniger wert. Verschuldete Staaten in dem Bereich drucken dann sehr gerne Geld, was die Inflation weiter anheizt. Hier bitte Achtung darauf, im Bereich der Anleihenkäufe und so weiter, auch diese sind im Bereich der Inflation, da es Geldmarktinstrumente sind, unterworfen. Und die Inflation kann sich auf solche Renditen oder Performances sehr sehr stark auswirken. Auf der anderen Seite sehen wir die Sparer oder Investoren. Schaut man sich den typischen Zyklus eines jungen Menschen an, dann verfügt dieser Mensch am Anfang hauptsächlich über Geldvermögen. Das bedeutet, sehr beliebte Instrumente im zentraleuropäischen Bereich sind so etwas wie Bausparverträge, Tagesgeldkonten, alles wo man Geld einbezahlt und auf dieses Geld dann Zinsen bekommt. Das große Problem ist, dass dieses Geldvermögen beim Sparen absolut der Inflation unterworfen ist. Das bedeutet, es wird sehr oft kommuniziert, welche Renditen zum Beispiel Bausparverträge machen. Aber das, was kommuniziert wird, ist meistens vor Kosten, vor allem aber ist es nominal. Das bedeutet vor Inflation. Zieht man von solchen Positionen die Inflation ab, hat man die reale Performance, das heißt Erhalt der Kaufkraft. Und da sehen wir 2022, dass fast alle Geldanlagen real negativ sind. Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen im Bereich der Lebensversicherungen, werben noch immer aktiv mit ihren gesamten Produkten und werben auch ganz extrem mit Geldanlageformen in diesem Bereich. Es gibt, glaube ich, in Österreich aktuell noch über dreieinhalb Millionen Bausparverträge. Die sind natürlich im Bereich der Inflation, wie es sie aktuell gibt mit um die 6% absolut negativ von der Realrendite her. Vor allem, man muss ja auch hier vorab noch die Kosten abziehen. Ganz vorweg gegriffen zum Ende, wie kann man sich schützen? Investitionen, Krypto oder Sachwerte, aber dazu am Ende mehr. Welche Maßnahmen kann man jetzt treffen, um die Inflation zu beschränken oder um Herr der Inflation zu werden? Die bekannteste aller Maßnahmen sind in diesem Fall einfach die Zentralbanken, sowie die EZB. Diese kann den Leitzins anheben, was die Inflation als Resultat drücken wird. Warum? Wird der Leitzins angehoben, werden einfach weniger Kredite begeben und das drückt unterm Strich in einer logischen Kette die Inflation. Weitere Maßnahmen, die selten kommuniziert werden, sind Regulationen von Preisen, die im Warnkorb sind, oder Förderungen und Zuschüssen von Staaten. Doch wo ist hier im Bereich der Regulation der große Unterschied? Regulation der Preise bedeutet, dass die Unternehmen selbst, wir erinnern uns vorher an die Aussage, dass Preise von Unternehmen getrieben werden, wie zum Beispiel im Elektrizitätsbereich. Wenn wir diese Preise regulieren, dann beschränken wir damit die Gewinne dieser Unternehmen und diese Unternehmen sind über Lobbys und weitere Netzwerke meistens sehr, sehr gut mit der Wirtschaft verbunden. Des Weiteren ist hier noch anzumerken, wenn wir am Beispiel Österreich bleiben, dass über 70% aller Energieversorger in Österreich mitunter in staatlicher Hand oder wesentlicher staatlicher Beteiligung stehen. Das bedeutet, solche regulierten Preise würden auch die Staatskassen treffen und das wollen Politiker oft nicht in großen Phasen der Unsicherheit, denn sie brauchen sehr, sehr viel Geld, mit dem sie gewisse Dinge bezahlen können. Im Bereich der Förderungen wirkt es genau gegengleich wie Regulation der Preise. Das bedeutet, die Preise werden absolut normal gehalten. Das sehen wir aktuell beim Benzin und beim Diesel, also alles, was mit aus Rohöl in dem Bereich für Transport gewonnen wird. Aber auch hier ist es so, dass in Österreich zum Beispiel am Unternehmen ÖMV wesentlich die Regierung, der österreichische Staat beteiligt ist. Und wenn ich natürlich hier Gewinne beschränke, schneidet man sich hier ins eigene Fleisch. Sehr oft ist es auch so, dass Politiker in den Aufsichtsräten sitzen und in Managementpositionen als Nebenfunktion zu ihrem politischen Amt und diese natürlich performanceorientiert ebenfalls vergütet werden. Das bedeutet, hier würden Politiker oder Regierungen entscheiden, einen Deckel auf den Preis zu geben, was ihr eigenes Einkommen beschränken und drücken würde. Aufgrund dessen ist das ein absoluter Zielkonflikt aus unserer Sicht, der in dieser Richtung nicht funktionieren wird. Die Förderungen, die hier bereits breitflächig immer angeboten werden in der aktuellen Inflationslage, bedeuten nichts anderes, dass die Unternehmen ihre exorbitanten Gewinne weitermachen dürfen und die Preise einfach gestützt werden, indem Fördergelder bezahlt werden. Fördergelder sind aber nichts anderes, wie die Abgaben der Bürger und somit ist es so, dass der Bürger auf der einen Seite bezahlt, indem er das Produkt direkt kauft und auf der anderen Seite bekommt er die Förderung, die er aber unterm Strich mit seinen Abgaben wiederum selbst bezahlt hat. Eine Möglichkeit, und das ist Punkt 4 bei uns, ist die Kombination aus den ersten drei Punkten, um die Last auf verschiedene Bereiche zu verteilen. Aktuell im März, April 2022 sehen wir sehr stark, dass von diesen drei Maßnahmen und auch der Möglichkeit der Kombination rein nur das Thema Förderungen angezogen wird. In Österreich ist dies zum Beispiel so eine Ökostromförderung oder die Erhöhung der Pendlerpauschale. Das bedeutet, dass jeder Bürger im Prinzip doppelt bezahlt und die Unternehmen an sich ihre maximierten und maximalen Gewinne einfahren können. Doch was kann ich jetzt tun, um aus der Inflationsfalle zu entkommen? Im Endeffekt gibt es zwei Dinge, die ich machen kann. Zum einen hier auf der rechten Seite, ich kann in Sachanlagen investieren, zum Beispiel Immobilien oder Gold. Warum ist hier echtes Gold vermerkt? Weil ihr hier keine Zertifikate oder Hebelprodukte auf Gold kaufen sollt, sondern wenn wirklich Gold in Hardcopy, was man angreifen kann. Das große Problem bei Sachanlagen ist, wenn eine Inflation wirklich zu einer Rezession führt, das heißt wirklich zu einem wirtschaftlichen Tiefpunkt und man mobil sein möchte, weil man vielleicht in eine andere Gegend ziehen möchte oder sich örtlich umschauen möchte, dann hat man hier das große Problem, dass Immobilien und auch wenn man größere Mengen echtes Gold besitzt, im Transport sehr sehr schwer und unhandlich sind oder unmöglich, so wie bei Immobilien. Digitale Assets oder Digital Assets, auf der anderen Seite sind Kryptowährungen, diese sind inflationsgeschützt, diese sind weltweit global mobil und können jederzeit ohne viel Aufwand, indem man die Keys, Wallets oder ähnliches mitnimmt, das ist nicht mehr wie ein Stück Papier oder man hat die Kryptowährungen auf einem Wallet, auf seinem Telefon gespeichert, bitte hier den Sicherheitsaspekt zu beachten, kann man im Endeffekt weltweit damit reisen und es ist auch noch dazu, eine relativ anonyme Art, sein Vermögen mit sich selbst zu nehmen. Wenn euch dieses Thema rund um das Thema Kryptowährungen und Digital Assets interessiert, dann möchte ich hier nur verweisen auf unseren Gratis-Telegram-Kanal, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Jeder, der nachhaltig Profite gewinnen mit unserer Wirtschaften möchte und das sehr zeitnahe und sehr zeitnahe Informationen des Marktes haben möchte, der sei an unsere Blockfehler VIP-Telegram-Gruppe verwiesen. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Und für jeden, der in die Welt der Blockchain weitaus tiefer eintauchen möchte, der auch verstehen möchte, wie Blockchain funktioniert, mobil für jeden einfach erklärt, der sei an dieser Stelle verwiesen auf unsere Blockfehler Akademie. Über 25 Stunden Videomaterial, die dich langsam in das Thema der Blockchain einführen, die dir alles beibringen und wo du in den letzten Modulen und Kapiteln auch lernst, für dich persönlich nachhaltig Profite und Gewinne zu erwirtschaften. Denn es ist heute als Investor, wenn man Geld anlegt, sehr, sehr wichtig zu wissen und zu verstehen, was passiert mit diesem Geld und wo liegt es und welche Risken bin ich bei diesem gesamten Vorgang ausgesetzt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da, kommentiert uns eure Meinung, wir freuen uns über jedes Kommentar. Und wenn ihr dem Kanal in Zukunft folgen wollt und keine Updates mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Spaß im Bereich der Digital Assets.